In welcher Uni-Bib lernst du denn am liebsten? Im Moment in dem von meinem Institut Musikwissenschaft, in der Fachbereich Bibliothek und ab und zu am Wochenende hier in der Hauptbibliothek, weil die natürlich da auch auf hat, im Gegensatz zu meiner. Am liebsten hier bei der Hauptuni, ja, großer Lesesaal. Kannst du mir sagen, warum? Hier habe ich Ruhe, ja, die Atmosphäre, sodass man hier lernt, motiviert ist, das zu machen. Das ist es einfach. In der Bibliothek für Politikwissenschaft. Ich studiere auch Politikwissenschaft und die haben das neu gemacht und es ist ganz angenehm dort. Ich lerne am liebsten auf der Hauptbibliothek, weil es da für mich die beste Atmosphäre hat. Ich finde, das ist so ein bisschen auf Harry Potter-Style der Lesesaal und da fühle ich mich recht wohl. Ich lerne am liebsten in der Hauptbibliothek, weil sie mir, wie soll ich sagen, viele Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel, auf was ich gerade Lust habe, also nur kurz zwischendurch den kleinen Lesesaal oder auch für längere Lernphasen den größeren Lesesaal. Ich fühle mich da eigentlich ganz wohl von den Räumlichkeiten her und ich finde auch das Schließfachsystem ist sehr unkompliziert.